In meinem neuen NTV Business Podcast, Wie tickt Amerika, geht es dieses Mal um das Thema der Innovation, auch als Ausweg aus der Corona-Krise. Hierzu spreche ich mit Wirtschafts-Nobelpreisträger Edmund Phelps. Seiner Auffassung nach ist Innovation Voraussetzung für eine florierende Wirtschaft. Warum Innovation in den letzten Jahrzehnten so nachgelassen hat, wie man sie wieder ankurbeln könnte und wie auch Sie persönlich in Ihrem Leben innovativer sein können, das erfahren Sie in der neuesten Folge von Wie tickt Amerika, zu hören auf der NTV-Webseite und überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, Sie sind mit dabei.